Lass mich dir mal eine Frage stellen. Fühlt es sich manchmal so an, als sei das Leben ungerecht? Dass der Druck immer größer wird, obwohl du dein Bestes gibst? So groß bist du das Gefühl hast zu zerbrechen? Was willst du jetzt tun? Willst du etwa aufgeben? Erst wenn etwas zerbricht, kann es das Licht hereinlassen. Mach weiter! Deine Leidenschaft treibt dich an. Sie lässt dich den Wind spüren und die Geschwindigkeit. Und du erlebst das ultimative Fahrgefühl. Und du motiveren die gourde Runde zu Watch. Wo werden da und von einem Schlebfried hin gesst, und doppelt es sich gerade có den Wind erased. Und noch etwas Laurなんです. Wenn du dortθεste Fenster visst, Und du sch opted von herauszufinden, Demin accounting be überhaupt nicht nur eine Wände, oder eine Runde wie mit , sondern auch von einer conflictive Untertitelung des ZDF für funk, 2017